wir verlieren einsatz ziel hey Leute willkommen zurück zu Bunkerfreuden ich bin mal hier gespawnt ich bin mal hier auf die Karte gegangen ich sag so klar dass da wieder irgendein Arsch-Sniper ist ist auf jeden Fall gerade erst losgegangen wie ihr seht schauen wir mal ob man was reißen kann oder nicht ja dann kommt weiter gucken wir mal pro zähl kriegen ich weiß leider halt noch gar nicht so aber die Runde ist eh angefangen das heißt es ist eh wurscht nimm ein jetzt den Scheiß hier von da kommen die ja ja das ist ja albern ist das was machen wir denn gehen wir auf A oder was tun wir jetzt das ist jetzt erstmal die Frage für mich komm wir versuchen D zu holen weil da rennen einige hin da können wir gleich mit los weiter Jungs weiter 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 ich bleib mal hier wo sind die Schwengel äh ok das war uns jetzt können wir durch eigentlich komm 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 Leute weiter weiter wir können rein hier er hat hier in der Ecke irgendwo gehangen der Schwengel natürlich hat er eine Shotgun ey er knallt alle weg mit der Shotgun ach da ist der ich hab den jetzt auch nicht gesehen diese Shotgun scheiße gefällt mir ich komm um die Ecke klickt direkt wieder Shotgun ins Maul wie lange das einnehmen dauert ne da kriegst du schon wieder alle Zustände was für Schreie hier sind so komm wir pushen hier lang vorerst benutzen wir den Türspion warte mal was ist da für geballert achso das ist von hier ne gleich mal Maske auf oh Leute können wir nicht von da geht von da nichts ach was machen wir denn jetzt ich hasse das Achtung 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 gib mal hier heilung was renne hier auch dahin das hab ich da von unverbrannt auch noch ey ne nee das ist diese Scheiße hier ey aber die haben nichts anderes ne die kann man nicht weiter wo bin ich ja achso können wir hier nicht können wir hier nicht durch irgendwie Alter ihr müsst nicht immer blocken Leute das regt mir alles so auf ne oh oh ey ich krieg die Scheißrotzgranate auch noch ab ey obwohl ich so weit weg stehe ich brauch mal hier ja Heilung und Muni ja joa probieren wir mal weiter ne ach schau die Jungs sind durchgekommen hier dann los sofort raus hier gucken wir mal ob wir von hier was nehmen können da es ist da es ist da hat sie mal überall was hin da irgendwo hängt da einer warte mal, das ist glaube ich hier um die Ecke übel ne, was hier für ein Geballer ist kann es noch nicht viel machen hier, außer rumgranaten oh, danke schön oh, das will ich das will ich, das will ich, ich will das hey, schau dir das an von hinten, von hinten noch einer da hat er hat er schon das Flammending gehabt mal schauen, ob ich den wenigstens kriege das wäre ja mal eine angenehme Sache wie, jetzt nimmt mir den jetzt einer auf den letzten Meter weg gib mal her, das Ding grazie wie heißt er hier, Fummel hallo, lasst die Leute in Ruhe wo ist der denn so seht ihr, ich helfe euch doch, wo ich kann hier ist da einer ah, da da war noch einer heilung, heilung keine heilung hier, oder was her mit der heilung, sage ich ich sage immer nur her mit der heilung wo ist denn die heilung gib mir ein bisschen heilung dann würde ich ein bisschen rausrennen was soll ich machen mit dem scheiß Moped hier wenn die alle so weit hinten stehen was brenne ich denn schon wieder halten wir da mal rein oh, der Flammenhaini der Flammenhaini kommt da könnte man echt gefährlich werden hier ah, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da jetzt muss ich weg jetzt muss ich weg oh, oh, oh oh, 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 heilung, heilung, heilung wo ist heilung heilung, gib mal heilung kollege, komm aha, sehr gut der Flammenhaini, ne, der ist ekelhaft Gas, Feuer, ne das ist halt alles scheiße für den Collation, den wir hier haben aber ist sowieso ne Schwanzrunde oh schau mal, wie die da reinwerfen ah, nichts, nichts, nichts ne schöne schnelle Runde wenigstens das ist schon mal gut da ist immer noch der Flammenhaini oder ist das schon wieder ein neuer alter, alter, alter der macht ja einen richtigen Burner da gut, dass die Sanis gleich zur Stelle sind ah, den Grabenkämpfer haben die auch, ne wenn die so zurückgedrängt werden und den Trottel, den ich hier hab, den haben die eigentlich auch naja, war ne kleine kleine, feine Runde kann man nicht anders sagen kleine, feine Runde gucken wir, ob wir noch eben wo einen erwischen naja, da kriegen wir keinen mehr ach, Gott sei Dank haben wir den noch bis zum Ende naja, ich sag danke fürs Zusehen bis der nächsten Folge ciao, ciao 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 Bis zum nächsten Mal.